Altwerden bedeutet für eine Frau, werflos sein, sinnlos sein, zu verschwinden. Es gibt eine ganze Welt da draußen. Komm mal, eine Welt voller Schönheitscremes und Gesichtsreiniger. Eine schöne Welt. Ey, ich bin eine preisgekrönte Geschäftsfrau. Ich bin glücklich verheiratet, habe zwei Mädchen, hübsche Töchter und passe immer noch in das Kleid von vor 15 Jahren. Was könnte mich bedrohen? Was glaubt ihr eigentlich, wer sie ist? Äh, deine Chefin. Äh, nicht mehr. Aber jetzt bin ich eine Frau mit einem Ehemann, der mich bedroht. Linde. So eine Frau will ich dir sein. Das war ein Ausrutscher. Weil jeder weiß doch, dass eine Frau nur dann erfolgreich ist, wenn sie verheiratet ist und tolle Kinder und einen tollen Job hat. Ich bezweifle, dass irgendjemand dir auch nur ein Wort glauben würde von dem, was du da sagst. Geben wir diesen unsichtbaren Frauen das Gefühl zurück, gesehen zu werden. Sagen wir ihnen, hey, Ladies, wir wissen, dass es euch gibt. Wir sehen euch. Ihr existiert. Wir sehen uns nicht. Wir sehen uns nicht. Vielen Dank.